willkommen zurück und jetzt kommen wir zu unserem gast des tages er formt herausragende chöre mit chor und oper dirigenten ist sein wirken aber nur unzureichend beschrieben regelmäßig konzentriert mit orchestern konzentriert konzertiert wollte ich natürlich sagen also wie dem renommierten london philomonic orchestra oder dem konzerthaus orchester berlin also er leitet den berliner chor cantus domus sowie den frauenchor fixe nixen mit diesen arbeitet er immer wieder mit verschiedenen popgruppen und künstlern wie damien rice und dylan zusammen der geborene berliner ist in vielen musik richtungen zu hause in der klassischen musik eben genauso wie im pop unabhängig vom genre und epoche das große ziel ist immer das gleiche momente entstehen lassen in denen man die welt für einen moment vergisst da haben wir sie bei der arbeit gesehen ralf sachaschowski schön dass sie da sind wann hatten sie das letzte mal ein glücksmoment beim dirigieren oder beim musikmachen gestern wobei in einer probe was ist an probenarbeit beglückend in den proben entstehen die ersten momente wo man plötzlich merkt alles schwingt zusammen also und wenn die harmonie da ist und man merkt alle menschen sind glücklich die in dem raum sind und man selber ist auch glücklich dann entsteht dieses magische etwas was wenn dann das glück verschafft wann war ihnen klar dass das der job ist den sie machen wollen wann kam das zum ersten mal sozusagen ihnen in den sinn das weiß ich genau noch ich war als jugendlicher oft auf jugendaustausch reisen mit vom deutsch französischen jugendwerk und wir waren in weil der stadt im elsaß glaube ich ist das da kenne ich nur straßburg aber da gibt es noch ein paar andere stände aber ich erinnere mich dass das wir ich war vielleicht 16 oder 17 und und wir wollten irgendwas so ein lustiges lied aufführen mit ein paar jugendlichen um unsere betreuer dazu überraschen und irgendwie war es klar dass ich die sache anleiten würde und das war das erste mal dass ich so quasi dirigiert habe und es hat mir so viel freude bereitet dass ich dachte okay dass das ist wahrscheinlich das was ich machen sollte aber dann hatten sie wahrscheinlich als 16 jähriger auch schon mit musik zu tun ja na klar also ich habe angefangen mit blockflöte und habe dann lange geige gespielt habe im chor gesungen habe in jugendorchestern gespielt und hatte also als als jugendlicher schon diese momente erleben dürfen wie sich das anfühlt wenn man eine brams erste zum ersten mal spielt und diese explosion von gefühlen erleben darf jetzt habe ich ja auch am klavier gesehen na das ist nicht so mein spezialinstrument aber als dirigent muss man das klavier auch natürlich nutzen können im studium wird man dadurch eine mangel gedreht das heißt sie üben jetzt nicht regelmäßig klavier um das einigermaßen zu beherrschen oder tun sie es doch ich habe während meines studiums diszipliniert geübt besonders vor den prüfungen da saß ich jeden morgen um sieben beim pförtner auf der bank und und habe dann tapfer meine etüden durchgespielt und partiturspiel und all das was dazugehört geübt und jetzt ist es ein arbeitsinstrument also wenn man wenn man mit sängern probt oder wenn man mit einem chor probt muss man natürlich immer eine harmonie dazu geben und so benutze ich das klavier jetzt gucken wir uns mal an was sie so machen und haben einen kleinen probenausschnitt das ist immer das spannende oder was ein konzert ausschnitt das gucken wir uns jetzt an von den fixen nixen sind frauen einfacher zu gewinnen musik zu machen wenn wir uns jetzt mal sozusagen die frage stellen ist das eher eine frauensache was beobachten sie also das was wir jetzt gerade gesehen haben ist ein reiner frauen chor die fixen nixen ein chor der sich vor allen dingen aus medienschaffenden eigentlich zusammensetzt sind viele schauspielerinnen drin regisseurin von tatort film und die sind zusammengekommen auf die initiative von uschi keil einer agentin schauspiel agentin und die hat gesagt ich möchte singen und dann hat sie alle ihre freundin gefragt hat gesagt komm wir machen jetzt frauen chor und wir arbeiten jetzt glaube ich schon zwölf 15 jahre zusammen und gibt es da fortschritte in der qualität das will ja ein dirigent immer das heißt ja immer ein chorleiter formt sein chor ja also ich bin schon pädagoge was das angeht für mich ist es letztlich eigentlich in der arbeit manchmal wichtiger dass der weg den man zusammen beschreitet ein erfüllender schöner weg ist als das absolute endergebnis also ein konzert mit den fixen nixen kann mich vielleicht mehr beglücken als ein konzert mit einem professionellen chor wo jeder ton stimmt aber wo letztlich die die der weg nicht so schön war und dann leiten sie ja noch einen zweiten chor ist das typisch bei chorleitern dass sie sich zwischen mehreren chören aufteilen gibt es überhaupt so viele die chorleiter sich holen können also der zweite chor den ich leite ist kantus das ist ein großer konzertchor besteht vorwiegend aus studenten und jungen erwachsenen und die meisten kollegen von mir leiten tatsächlich auch mehrere chöre das muss man immer für sich selber so ausbalancieren also für mich ist es wichtig dass ich immer noch auch gastieren kann irgendwo und jetzt nicht so viele regelmäßige termine habe wir haben einen termin und wir wollen jetzt natürlich zum aktuellen projekt gehen ein bisschen musik hören die deutsche erstafführung von atriz ct fields wir werden die aussprache gleich noch mal üben ein oratorium der us-amerikanischen komponistin julia wolf sie hielt dafür vor drei jahren den pulitzer preis für musik und das können wir erwarten antracite fields beschreibt das leben der minenarbeiter in den bergwerken pennsylvanias anfang des 20 jahrhunderts der glänzende schwarze stoff trieb zusammen mit dem erdöl den industriellen aufstieg amerikas an die menschen die das mit ihrem harten und gefährlichen job möglich machten will julia wolf mit ihrem stück ehren wolf kombiniert dafür chor ihre weltbekannte bang a can band und videoprojektionen und erschafft damit ein im wortsinn überwältigendes gesamtkunstwerk die bekannte us-komponistin recherchierte dafür lange in ihrer heimat pennsylvania als grundlage für die texte und die musik benutze sie geologische beschreibungen namen von arbeitern interviews und werbung aus dieser zeit und dokumentarfilme am dritten november lassen julia wolf und ralf sochatschewski als dirigent gemeinsam diesen speziellen teil us-amerikanischen arbeiterlebens wieder auferstehen wir haben die amerikanische uraufführung gesehen jetzt machen sie die erst aufführung hier wie anspruchsvoll ist dass das sieht ja sehr anspruchsvoll aus das stück ist schon interessant muss man sagen also es ist gerade in rhythmischer hinsicht und auch harmonischer hinsicht interessant es vereint allerdings anders als viele moderne musik wie wir sie vielleicht in deutschland kennen durchaus auch elemente von unterhaltungsmusik in sich mit drin also die instrumentation des ensembles lässt schon darauf schließen wir haben ein drum set und wir haben eine e-gitarre und ein e-bass und julia der wolfe versteht es auf eine unachahmliche art und weise finde ich die popmusik und auch minimal music mit den techniken moderner klassischer musik auch zu vereinen bei der uraufführung hat es ja durchaus das opernhaftes wird es hier auch so sein es wird die video projektion auch geben in unserer aufführung also vom setting her wird das ganz ähnlich ich habe da jetzt gerade kerzen gesehen dass er natürlich sehr stimmungshaft aus aber ich glaube wir haben keine katzen geplant wie weit sind die proben ich meine wissen sie es wird klappen oder haben sie befürchtung oder müssen wir noch ordentlich was tun damit es klappt also ich bin mir ganz sicher dass es ein sehr schönes konzert wird wir haben jetzt schon anderthalb monate geprobt und fahren jetzt am kommenden wochenende auf ein proben wochenende das ist dann so immer die phase wo man noch mal ganz intensiv mit allen zusammen alles zusammenschweißt und da freue ich mich sehr darauf wie groß ist der chor cantus domus hat insgesamt 150 mitglieder allerdings die singen nicht alle in jedem projekt wir sind jetzt bei diesem konzert 60 sängerin wie ist es eigentlich chef zu sein von so vielen menschen das ist eine sehr schöne aufgabe eine sehr spannende aufgabe aber eine aufgabe die natürlich auch viel verantwortung mit sich bringt aber ich empfinde das irgendwo als ein großes glück weil ich irgendwo das gefühl habe dass was wir zusammen treiben ist eine sache die gesellschaftlich wichtig und wirksam ist und da freut man sich natürlich wenn man die sache verantwortlich mit bestimmen kann das hört sich jetzt so schön an aber gibt es ja keine konflikte zwischen sopran zwischen all zwischen bass und tenor und müssen sie da so konflikte nicht vielleicht natürlich man muss für harmonie sorgen doch natürlich wo menschen zusammenkommen gibt es auch konflikte aber die interessante aufgabe ist ja mal sowas so zu moderieren dass am ende eine gute und sinnvolle lösung zustande kommt wie in jeder anderen gesellschaft auch unterscheidet sich ein amateur chor von einem professionellen orchester hat das eine andere ansprache haben sie unterschiedliche rollen die sie da aufnehmen in gewisser weise unterscheidet sich das schon bei amateuren ist es so die sitzen in der probe und in dem konzert weil sie genau das in dem moment machen wollen und bei einem berufsorchester ist es so die haben natürlich alle den beruf ergriffen weil sie das auch wollten aber da kann es schon mal passieren dass man irgendwie das gefühl hat da sind menschen gerade nicht ganz glücklich bei der sache weil sie vielleicht hochbezahlte musiker nehmen dann die sache einfach nicht ernst doch denen die sache schon ernst aber die diese unbedingte hingabe dass man den moment des musikmachens zu seinem persönlichen glück macht das ist bei amateuren schon ausgeprägter jetzt wollen wir sie noch zu drei geständnissen bewegen über welchen anruf eines opern hauses würden sie sich besonders freuen wladimir rowski mit dem ich sehr viel zusammengearbeitet habe zusammenarbeiten durfte der ein fantastischer operndirigent ist der geht jetzt nach münchen und wenn ich da einer produktion mit ihm noch mal was zusammen machen durfte da würde ich mich sehr drüber freuen staatsoper münchen macht sich ja auch gut im lebenslauf ja wir haben da schon was zusammen gemacht wie schnell werden sie ungeduldig wenn sie ihre vorstellung auch klanglicher art nicht durchsetzen können da habe ich mich gebessert würde ich sagen also als junger mensch ist man nicht immer so geschult in diplomatie und aber ich habe mittlerweile gelernt ich habe da auch einfach viel positives feedback immer bekommen dass man mehr erreicht wenn man manchmal ein bisschen mehr zeit gibt und wenn man auch in den formulierungen die man verwendet sich gedanken darüber gemacht wie die dann auch angenommen werden können warum fahren sie kein auto ich habe nie einen führerschein gemacht meine eltern haben mir geld gegeben als ich 18 war für einen führerschein und ich wollte damals aber einen guten geigenbogen haben den habe ich mir dann gekauft und dann gab sich nie mehr die gelegenheit und die notwendigkeiten führerschein zu machen ja in einer stadt wie berlin kann man gut rad fahren und ich fahre sehr gerne hat und bin auch ein bisschen aktivistisch eingestellt ralf sarachewski vielen dank dass sie heute hier waren vielen dank und jetzt gute reinfahrt mit dem rad danke